Der hat das hier zu steil gemacht. Macht doch Spaß, oder? Wir mussten hier so einen Aufzug, einen Lift einbauen, damit man dann hochfahren kann. Und da wird es ja wohl einfacher gehen, hoffe ich. Ja, da haben sie vielleicht einen Paraglider bereitgestellt oder sowas. Gucken wir einfach mal. Und Rudi, was würdest du sagen, ist doch ein ganz lockerer Spaziergang hier, oder? Ist doch nichts hier. Siehst du wohl, meine ich doch.